Ege Toll Räusper Räusper Joa Mhmm Gucken wir mal was es gibt Nö Gimme something good Gimme something good please Oh come on please Gimme something good I want something good Today Bille What macht me Bombs are keys Na klasse Los Na los Nothing Nein Meat Boy Meat Boy du dummes Stück Kannst doch Mama nicht einfach Kannst doch Mama nicht einfach Die Bombe hinterher werfen Und dankbares Pack Rall Wo ist jetzt der Endgegner Braaave Meat Boy Nicht die Maske Mach das Herz tot Mach das andere Herz tot Nicht die Maske Mach das Herz Ja so ist braver Meat Boy Braver Meat Boy Dann bist du ganz Ein braver Meat Boy Der ist nicht lernfähig Muss man ihm doch auch mal anerkennen Nicht die Maske Geh auf die Herzen los Töte die Herzen Töte die Herzen Mann Mann Da muss ich wieder alles alleine machen Nicht die Maske Nicht die Mama Nicht die Mama Was ist das Uh nein Böse Maske wird böse Uh Das macht mir so Ey 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 du Aggressions Maske Ich schlag dich kaputt Au Ich war hinter Stein Mann Ich hab Stein gemacht Mach Herz Geh doch aufs Herz Junge Nein du sollst das Herz angreifen Ich hatte ein gute Virus weiß aufs Herz Los Los Herzattacke Klingt ein bisschen merkwürdig wenn man sagt Los Herzattacke Los Muss ich dann alles alleine machen Hier frisst die Bombe Oh okay Egal wie das passiert ist Beatmall machs tot Mach einfach tot Beatmall Aua Mein Manni Klau dir mir einfach meine Kohle 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 beatmall Kohle 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 Also das sind ja auch fiese Möpp Sch Die schossen so unverheidisch gesehen Einfach so Hatte ich jetzt nur hier irgendwo Herzen oder so? Nie,ne? Na gut Ach große klasse Große Kino So, ich bleib einfach mal hier und Meatball rennt wahnsinnig rum. Oh, so viele Gegner, so viele Gegner. Ja, das wird wohl nicht klappen mit dem einfach so. Ich stehe hier so einfach rum. Wow. Ganz vorsichtig. Eins ist schon mal weg. Das hat so einen richtigen kleinen Herzfehler hier. Ups. Leid doch nicht immer so aggressiv, hm? Das ist doch nicht gesund. Das ist nicht gut fürs Herz. Immer so aggressiv sein. Das ist nicht gut fürs Herz. Wirklich nicht. So, Meatball, mach's kaputt. Ein braves Meatballchen. Ich mag die an mich. Aus ganz offensichtlichen Gründen mag ich die nicht. Hilfe. Die sind grün und schießen Explosionskugeln. Da erinnere ich mich irgendwie an mich selbst. Ach ja, damals. In den letzten Zeiten. Ich werde, ich bin jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Ja, natürlich bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Mach, mach Herzen kaputt. Mach die Herzen. Komm, wir schaffen es nicht, Boy. Mach den da noch nur drauf. Und... Ich küche mich mal ein Herz dafür. Warum nicht? Das ist doch gemein. Ey, weh, du spuckst das. Dann würde mich das voll aggressiv machen. So, Meatball. Wenn du jetzt nochmal kommst und die Bombe da wegschubst, ne? Danke. Hätte ich mich aber aufgeregt. Okay, wir sollten unseren Herzenstand auch mal wieder füllen. Und ich bin natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Ah, ist das schön. Wie doch vermisse ich so ein bisschen. Komm, schon lange nicht mehr gesehen. Oh nein, das ist Blutspucken aus Feuer. Schnell löscht es, ehe es uns tötet. Am Funken hätte ich ja noch verstanden. Aber Blut... Ach, du heilige... Made. Du heilige Made. Du unheilige Made der Unheiligen. Meatball, mach kaputt. Mach kaputt, Meatball. So ist brav. Oh, ein Schädel. Ähm, ich geh mal nach unten. Ah. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber wir spielen mal ein bisschen. Ein Bettler wär mir lieber. Warum gibst du mir nicht mal einen Bettler? Ich hätt mich auf einen Bettler voll gefreut, Mann. Rage down, will ich nicht. Ganz überhalten. Schieb ich die wieder zurück in den Stop, Mann. Und was krieg ich da? Ah, träg ich irgendwas Schönes. Ach, kommt schon. Los! Sei freundlicher zu mir. Ich... Ich hab nicht mal Goldräume. Also sei nett. Eiße Pille. Balls of Steel. Awesome shit. Schön. Krieg ich noch eine? Nee, aber Geld. Blaue Pille, blaue Pille, blaue Pille, blaue Pille, blaue. Nee, ich will die blaue Pille. Hallo. Ich will die blaue Pille. Rage up. Sehr gut, danke. Das bin ich gut. Du bist brav. Hopp. Na komm. Okay. Okay. Nein. Meatboy, du Vollnoob. Hier, das war der Plan. Verstehst du jetzt, was ich dir immer die ganze Zeit sagen muss? Oh nein, das sind Blutspucken der Killerpusteln. Oh nein, die Killerpusteln haben ein neues Lied geschrieben und wollen es uns offen blagen. Na ja, gut. Ein halbes verloren. Dafür hab ich jetzt hier wieder mit so Book of Revaluations was gekriegt. Ich geh einfach immer so hin und her. Dann kann Niti die einfach mal fett wegmieten. So. So ist brav. Noch das da. Und sie haben sie getötet. Was gibt's hier? Bomben. Freihaus. Klasse. Okay. Nein, schon wieder Krieg. Warum immer Krieg? Können wir nicht mal Frieden machen? Frieden appeared in the basement. Nein, ihr kriegt wieder seine Tage. Ja, spannend, ne? So in seinem Eingriffsmuster ist schon aufregend. Ausweichen. Ah, runter. Ah, niemand kann. Stoppen. Ich kenne seine Taktik. Hey, Miep, boah, wir sind nicht mehr alleine. Guck mal, du hast einen kleinen Bruder gekriegt. Ist das nicht was? Ja, ist das nicht schön? Nächste Ebene. Und wir ersticken mal. Nein, eigentlich ich. Isaac. Isaac träumt vom ersticken. Ach ja. Ach, du Heilige. Oh oh. Jetzt guck doch mal her, Mann. Ob der Name so entstanden ist? Ey, guck doch mal her, Mann. Oh. Oh. Was war ey? No, 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 no. Das geht doch mal. Aua. Das hat aber wehgetan. Ey, kannst du ja auch mich zu schubsen? Den verpiss dich, Mann. Ich spiele jetzt. Gott sei denn, dann gibt es noch einen Zollrat. Geschubst werden, während man Binding auf Isaac spielt, ist nicht gut. Oh, ich habe leider nur ein Geld für dich. Oh, ich kriege nichts, habe ich mir gedacht. Tut mir leid. Teleportiert euch doch nicht so kacke vor mich. Ich auch gleich anfälle. Der. Art. So. Ey, cool. Was zum Sprengen. Ey, so laut. Gib mir das, gib mir das, gib mir, gib mir, gib mir das so laut Ding. Gib mir das so laut Ding. I like it, I like it. Sammeln wir noch mal ein bisschen Geld. Ey, meine Freunde, meine Freunde. Ach, ist doch genug für alle da. Ach, ihr braucht doch nicht schreien, meine Fans. Oh, meine Fans, mal wieder voll am Schreien hier. Das ist doch mal nicht. Nein. Ach, kommt, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, kommt, die Aufregung. Zu viel. Ach, das kommt schon. Das ist doch nicht. Ach, kommt. Okay, ich kann hier wieder noch so ein bisschen Herzen farmen. Das ist gut. Dr. Kawashimas Gehirn ist wieder ausgebrochen. Nein, fangt es ein. Das ist zu intelligent. Wir müssen es töten. Ach, Kacke. Oh. Und hier? Ah, Chappi. Chappi. Oh, das ist Chappi. Chappi, 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 Chappi. Ich glaube, Chappi, Chappi, Chappi. Chappi, 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 Chappi. Vorsicht. Es sind Killer-Mardis. Das ist Killer-Mardin. Kommt da mit Spaschel und Töten ein. Chappi. 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 Down ist er. Und die Maris auch. Und die Scheiße hätten wir auch weggeheult. Vielleicht ist da ja ein Bossgegner. Nein, ich will es gar nicht wissen. Aber nur noch ein bisschen mehr Money. Fliegebomben. Also auf jeden Fall könnte ich hier schon mal über nach Geheimräumen suchen. Huch, ich sollte wegflühen, ne? Ja, hm, hm, na schlau. So, hm, ich warte mal. Wenn die Bombe explodiert, dann... Was bin ich? War nicht geplant, Mann. Gib mir etwas gut, mein Lieber. Oh, komm mal. Ah, super. Was ist das? Gives Money. Ab und zu spuckt er mal Geld aus. Ach, das ist ja lustig. Brauche ich jetzt gerade extrem nicht. Naja, gut, ne? Hat sein bestes Acht. Dr. Kawashimas Gehirnjogging hier schon wieder. Nee, du kümmerst dich um das Gehirn, Meat Boy. Lecker Gehirn, das schmeckt gut. Gehirn und Kutteln. Sehr, sehr gesund und aromatisch. Ach, kommt schon, Meat Boy. Ja, 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 so ist brav, so ist brav. Oh, ja, 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 ja. Jetzt noch das da oben. Das da oben, das da oben. Komm schon. Au. Was macht das? Nein, ich will meine Hand. Was auch immer die Hand bringt. Ich will die Hand haben. Ich will die Hand haben. Ha, ha, Hand haben. Verstehst du? Kann ich gut Hand haben. Ha, 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 ha. Hey, der war so schlecht. Den muss man doch lustig finden. Du, die, du, die, du. Ach komm, da ist noch eine leckere Hammernmade. Oh, Geld. Ich hab so das Gefühl, hier, da haben wir nur wieder Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Das ist jetzt tot, ne? Aber jetzt. Oh, ist ja schön. Gut, sind wir also in alle falschen Richtungen gelaufen. Ist doch richtig klasse, Mann. Da freue ich mich. Ah, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ey. Cool. Die mit dem orthopädischen Problemen. Also ich würde sagen, die haben orthopädische Probleme, weil... Also das mit der Wirbelsäule machen zu können, ist nicht normal. Wollte ich nur mal angemerkt haben, ne? Oh, nein. Oh, nein. Wir werden alle sterben. Lame. Ach, guck mal, ich bin mal richtig gelaufen. Chubby. Chubby, Chubby. Chab, chab. Chab, chab. Ah, lecker. Nam, nam, bombe. Was? Wow. Nam, 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 nam. Und down. Gut, dann gehe ich jetzt aber direkt da rein. Weil ich jetzt Mami voll in den Fuß hauen will. Isaac. 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 Beat Boy. Hau voll drauf. Das ist Spaß. Isaac. So schön. Das macht das Spaß. Das macht das Spaß. Ah, hey. Voll auf die Hand, Mann. Ich stricke auf deine eigenen Fingers. Was kommt hier mal wieder raus? Was ist denn das da für ein Tofu-Ding? Das ist aber komisch. Das ist aber ein komisches Schussmuster. Aua. Das hat voll wehgetan, Mann. Schnell weg von den Türen. Aua. Mit Boy macht die Put. Mit Boy macht die Put. Dauerschuss, Dauerschuss. Mann, so straf. Nicht sterben. Die ist doch gleich Fuchikato. I got it, I got it, I got it. Lup, lup, lup. Und deeper. Much deeper. Und Tote. Hey, cool. Was haben wir denn hier? Ach, gucken wir mal die Linksgegner. Ach, Gott. Das mit Beef Boy, ja? Au. Taucht der denn da auf? Kommt ich ja nicht an. Voll fehlgeblüht. Nein, ich die auch. Ich mach die. Tja, bist du ein Vogel oder bist du ein fliegender Killerwurm, hä? Kannst dich auch nicht entscheiden, Mann. Okay, wir brauchen dringend Herzen. Das wäre voll stylisch, wenn wir da Herzen kriegen. Aua. Sieg Boy macht es uns auch noch nicht leichter hier. Ah, wir haben Herzen gekriegt. Das ist doch mal stylisch. Ja, ich spiele jetzt wieder so lange hier, ne? Dann gimme nix. Ups. Entspreng ich die halt. Oh, eine Troll-Bombe. Äh, wie kreativ. Hassraum. 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 Danke, Meat Boy, dass du so hilfreich in dem Fall nicht warst. Ja, hier kann ich mich gleich wieder töten lassen. Ach, Pillen, Pillen, Pillen. Ranger? Sie macht. Böses Gas. Ach komm, ich... Der Tod. Wartet auf mich. Hier, angefurzt. Hilfe. Meat Boy, mach's kaputt. Wäääh. Nicht um die Sensen kümmern. Mach den Tod. Angepupst. Ah, die spawnen auch noch direkt bei mir. Ah, ich bin tot. Ich wusste es sofort. In diesem Augenblick wusste ich, ich bin tot. Naja, war nicht schlecht der Run. War nicht die besten Items. Dafür habe ich ziemlich lange durchgehalten. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.